Das Rennen findet im KU-Format statt. Zwei Renner, zwei Racer gegeneinander. Der Sieger kommt in die nächste Runde. Für mich als Starter wird es nachher einfacher sein, die Leute mit dem Körper auf eine Linie zu bringen, als dass die Leute versuchen, die Nase des Bretters auf eine Linie zu bringen. Da wandern viele dann immer ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Dadurch verzögert sich dann der Start. Und das wollen wir natürlich nicht. Da wir hier jetzt in einem Hafendecken sind, werden wir im Stehen starten. Das heißt, die Leute werden genauso auf ihren Brettern stehen, wie sie nachher auf das Rennen fahren. Go! Boa! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.